Herzlich Willkommen zum Video Übungsaufgaben zu Raum und Hohlmassen. Wir beginnen mit der Aufgabe 1. Welcher Quader hat das größere Volumen? Quader A mit einer Länge von 12 cm, Breite von 8 cm, Höhe von 4 cm. Hier habe ich eine Skiz eingezeichnet. Oder Quader B mit einer Länge von 16 cm, Breite von 10 cm und Höhe von 2 cm. Wieder habe ich hier eine Skiz eingezeichnet. Drückt dazu bitte nun auf Stopp und seht euch anschließend meinen Lösungsweg an. Zur Hilfe habe ich euch die Berechnung des Volumens eines Quaders eingeblendet. Man berechnet das Volumen eines Quaders Länge mal Breite mal der Höhe. Länge mal die Breite bezeichnet man als Grundfläche. Daher kann man das Volumen auch mit der Grundfläche mal der Höhe berechnen. Setzen wir nun mit meinem Lösungsweg fort. Bei Quader A wissen wir, dass die Länge 12 cm beträgt, die Breite 8 cm und die Höhe 4 cm. Nun müssen wir das Volumen berechnen. Dies kann man, wie ich vorhin erwähnt habe, mit der Grundfläche mal der Höhe oder der Länge mal der Breite mal der Höhe. Wir verwenden hier nun die Maßzahlen. 12 mal 8 mal 4 ergibt 384. Und dadurch, dass wir mit Zentimeter gerechnet haben und das Volumen in Kubikzentimeter ausdrücken, beträgt unser Volumen 384 Kubikzentimeter für Quader A. Setzen wir nun mit Quader B fort. Der Quader B hat eine Länge von 16 cm, eine Breite von 10 cm und eine Höhe von 2 cm. Wir berechnen wieder 16 mal 10 mal 2. Das Ergebnis ist 320. Dadurch, dass wir mit Zentimeter gerechnet haben und das Volumen in Kubikzentimeter ausdrücken, ist das Ergebnis des Volumens 320 Kubikzentimeter. Wir sehen also, dass Quader A ein größeres Volumen hat. Zur Aufgabe 2. Der Körper besteht aus Würfeln mit einem Kubikdezimeter Volumen. Wie groß ist sein Gesamtvolumen? Rechne anschließend das Ergebnis in Hektoliter um. Drückt dazu nun bitte auf Stopp und seht euch anschließend meinen Lösungsweg an. Nun zu meinem Lösungsweg. Wir wissen, dass ein Würfel ein Kubikdezimeter Volumen besitzt. Wir zählen zuerst die Würfel der ersten Ebene ab. 1, 2, 3, 4. Wir sehen hier einen fünften und hier einen sechsten. Dadurch, dass hier aber weitere Würfel aufgestapelt sind und hier zwei weitere, müssen auch hier und links von diesem Würfel ein weiterer Würfel sein. Das bedeutet, dass in Ebene 1 sich acht Würfel befinden. Zu Ebene 2. Wir sehen 1, 2, 3 Würfel. Wie ich vorhin erwähnt habe, sind hier weitere Würfel aufgestapelt. Das bedeutet, dass links von diesem Würfel und hinter diesem Würfel ein weiterer Würfel sein muss. Das bedeutet, dass Ebene 2 vier Würfel hat. Zählen wir die Würfel von Ebene 3. 1, 2, 3. Sind alle sichtbar. Ebene 3 hat also drei Würfel und Ebene 4 einen Würfel. Insgesamt besteht der Körper also aus 16 Würfel. Das bedeutet, er hat ein Gesamtvolumen von 16 Kubikdezimeter. Nun sollen wir diese 16 Kubikdezimeter in Hektoliter umrechnen. Wir wissen, 1 Kubikdezimeter ist gleich 1 Liter. Daher sind 16 Kubikdezimeter 16 Liter. Um von Liter auf Hektoliter umrechnen zu können, müssen wir durch 100 dividieren. Das Ergebnis ist 0,16 Hektoliter. Wir sehen, dass sich das Komma dabei um zwei Stellen nach links verschoben hat. Nun zur Aufgabe 3. Ein Aquarium mit einer Länge von 70 cm, Breite von 35 cm und Höhe von 33 cm soll mit Wasser gefüllt werden. Wie viel Liter Wasser sind dazu notwendig, wenn man das Aquarium bis 3 cm unter den oberen Rand befüllt? Drückt dazu nun wieder auf Stopp und seht euch anschließend meinen Lösungsweg an. Ich habe euch wieder zur Hilfe die Berechnung des Volumens eines Quaders eingeblendet. Nun zu meinem Lösungsweg. Wir haben eine Länge mit 70 cm, Breite mit 35 cm und Höhe von 33 cm. Wir sollen das Aquarium aber bis 3 cm unter den oberen Rand befüllen. Das bedeutet, wir müssen von der Höhe 3 cm abziehen und erhalten eine neue Höhe von 30 cm. Dadurch, dass wir später in Liter umrechnen sollen, rechnen wir die Zentimeter in Dezimeter um. 70 cm sind 7 Dezimeter, 35 cm sind 3,5 Dezimeter und 30 cm sind 3 Dezimeter. Wir sehen, wir müssen, um von Zentimeter auf Dezimeter umrechnen zu können, durch 10 dividieren. Nun müssen wir das Volumen berechnen. Hier nochmal die Formel, Länge mal der Breite mal der Höhe. Wir verwenden hier die Maßzahlen. 7 mal 3,5 mal 3 ergibt 73,5. Dadurch, dass wir mit Dezimeter gerechnet haben, ist das Volumen 73,5 Kubikdezimeter. Wir wissen, 1 Kubikdezimeter ist gleich 1 Liter, daher sind 73,5 Kubikdezimeter gleich 73,5 Liter. Wir benötigen also 73,5 Liter Wasser. Dies war mein letztes Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus meiner Videoreihe mitnehmen und ihr hattet Spaß dabei. Vielen Dank.